Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, meine Freunde auf dem Kanal AnAquanar. Heute mal wieder ein Gesundheitsthema, ich habe schon mal darüber ein Video gemacht. Heute aktualisieren wir das Ganze. Es geht um Wasser, Wasserfilter, kennt ihr wahrscheinlich. Gibt viele auf dem Markt, viel Müll auf dem Markt, was auch wirklich nichts bringt. Wir haben hier den Lotus Wasserfilter, meine Damen und Herren, der mit Analysen, also sehr teuren Wasseranalysen, bewiesen hat, was der Filter leistet, meine Freunde. Alles überprüfbar, alles zerifiziert und so weiter und so fort. Ja, was ist der Wasserfilter? Der Wasserfilter ist ein Gerät, was wir hier sehen. Es funktioniert ohne irgendwelche Strom oder sonst irgendwas. Man füllt oben das Wasser hinein, es geht durch einen sehr mikrofeinen Filter hindurch. Sickert dann durch die Kohle und gewisse Steinschichten, sowie auch Salze, um remineralisiert zu werden. Ja, die Dinger sind momentan günstiger, die waren mal teurer und liegen jetzt bei 198 Euro in der Anschaffung. Das ist der Mini-Wasserfilter mit 5 Liter und ich lese euch jetzt einfach mal vor, was dieser Filter kann. Ja, filtert Schadstoffe, Mikroplastik und Kalk. Es eignet sich sehr gut für Familien und größere Haushalte mit 1 bis 3 Personen, sowie für kleinere Betriebe. Der Lotus Fontana Mini-Wasserfilter ist mit einem Keramikfilter, sowie einer Hochleistungs-Aktivkohle-Filterkartusche aus natürlichen Kokosnuss ausgestattet. Ein ausgeglügeltes 7-Stufen-Filtersystem sorgt für Trinkwasser, hoher Qualität, ohne unerwünschte Rückstände und von Pestiziden, Medikamenten, Schwermetallen, Mikroplastik und so weiter und so weiter. Man kann mit einem gewissen Aufpreis auch Glasgefäß wählen, was dann noch höherwertiger ist. Weiter zum Detail. Der Fontana Wasser Mini-Filter ist mit einem Keramikfilter, sowie einer Premium-Hochleistungs-Aktivkohle-Filterkartusche aus Kokosnuss ausgestattet. Wie ihr wisst, ein ausgeglügeltes 8-Stufen-System, oben 7-Stufen-System. Man kann auch oben noch das mitzählen, dann sind es 8 Stufen. Ja, erste Stufe. Jegliche Partikel- und Mikroplastik werden bereits im Einfülltank durch einen Keramikvorfilter aus dem Wasser entfernt. Durch die absolute Entfernung der Partikel aus dem Leitungswasser schont der Keramikfilter die nachfolgende Filter und optimiert deren Leistung. Das Wasser wird sichtbar klarer. Warum erzähle ich euch das Ganze? Ich hatte mal so einen Filter. Leider hat ein Kumpel kaputt gemacht. Den habe ich damals geschenkt bekommen. Leider konnte ich nicht mehr nutzen, da die Anschaffungsgebühren für, ja, ihr wisst, nicht vorhanden sind, da meine Krankheit im Vordergrund steht. Was natürlich ganz klar gesagt werden muss, dieses Wasser hat massiven Einfluss auf meine Krankheit gehabt. Man trinkt automatisch natürlicher wieder. Das Wasser ist ein ganz anderes aus als aus einer Plastikflasche, Wasserflasche. Es ist eine ganz andere Qualität. Und jeder, der diesen Wasserfilter sich mal holt und probiert, der wird mir zustimmen, was ich jetzt sage. Das ist feinste Qualität. Es gibt keinen Wasserfilter, der so arbeitet und so eine enorme Leistung hat. Ihr könnt euch Wasserfilter an eurer Leitung anschließen und all so ein Müll. Das hier ist komplett natürlich, so wie es in der Natur auch vorgeht. Langsamer Prozess, säubert durch Steinschichten und so weiter und so fort. Es ist ein ganz natürlicher Prozess und bei einer Wasserfilteranlage an einem Wasserhahn, da entsteht Druck und es geht zu schnell und niemals reinigt es so präzise wie das hier. Und deswegen haben sie es auch bewiesen mit eingebigen Tests. Stufe 2. Das Kalkfilterpad enthält Hochleistungsaktivkohle aus Kokosnussschalen und Wasserstoff, Ionenaustauscher zur effektiven Kalk- und Schadstoffreduktion. Stufe 3. Die große Filterkartusche im Herzen des Fontaner Mini-Wasserfilters, Standgerät, ist in fünf Ebenen aufgeteilt. Die erste und größte Kammer enthält japanische Hochleistungsaktivkohle, die Metalle Schadstoffe hervorragend filtert. Ein Kalium-Ionenaustauscher reduziert dabei die effektive Kalkgehalt. Entschuldigung, ja, morgens, ich habe noch nicht geschlafen. Stufe 3 bis 6. Pifitalis-Technologie Die nachfolgenden vier Kammern enthalten, die von Lotus Vita entwickelte Pifitalis-Technologie, die unter anderem Cellulit, Turmalin, alkalische Keramiken, EM, Keramik, Quarzsand und Magnete verwendet. Wie in der Natur sickert das Wasser sehr langsam durch die Mineral-Keramiken. Der sehr langsame Durchfluss intensiviert dabei den Kontakt und lässt dem Wasser Zeit, die Mineralien und Energien auf sich wirken zu lassen. Stufe 7. Mit den enthaltenen Mineralsteinen kann auf Wunsch der pH-Wert angehoben werden. Wer es braucht. 8. Die edlen Wassersteine Rosenquarz, Bergkristall, Amethyst, Mineralsteine lassen sich gut mit dem Mineralstein kombinieren. Das sieht schön aus und trägt zur Geschmacksveredelung bei. Kann man machen, muss man nicht. Ja. Alle Kunststoffe sind TÜV-Süd geprüft und lebensmittelecht. Es bestehen zwei Jahre Garantie auf die Geräte, nicht auf die Wechselfilter. Auf Wunsch erhalten Sie den Fontana Mini-Wasserfilter auch mit einem Vorratstank aus Glas. Unser Tipp, kombinieren Sie den Fontana Mini-Wasserfilter mit den Bambusglasflaschen für den besten Geschmack auch unterwegs. Ja, auf jeden Fall. Was kann denn dieser Filter mal grob gerechnet? Es kann Chlor zu 99,9% aus eurem Wasser nehmen, Blei, Kupfer, Uran, Lindan, Anthrazin, Bentazon und Trialogene und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt hier auf die geprüfte Qualität eingehen, dann sind hier die ganzen Artikel, die unabhängige Institute geprüft haben. Und da geht es dann auch um, ja, was hat denn das nach dem Filtern, also wenn man es jetzt getan hat, also das Wasser, was getestet wurde und dann die Ergebnisse danach. Könnt ihr alles hier überprüfen. Hier geht es um Schwermetalle, Untersuchung der Wirksamkeit von Lutus-Trinkwasserfilteraufbereiter im Hinblick auf die Rückverhaltvermögen von Schadstoffen im Trinkwasser. Und ja, wer sich damit auskennt, der kann sich das alles hier mal durchlesen. Und wie gesagt, hier ist alles drin. Da sind nicht nur die Calcium-Sachen drin, sondern auch irgendwo hier, ja genau, hier. Die Giftstoffe, so wie auch Ibuprofen, Diclofenac, Benza, Brat und so weiter und alles, alles was da steht, wurde zu 99% reduziert. Also nichts mehr, so gut wie nichts, 0,00, ja, wurde nachgewiesen im Wasser, nach dem Filtern. Und das ist massiv. Und man hat auch natürlich hier getestet, was denn im Wasser drin ist und so weiter und so fort. Das steht auch irgendwo hier, das muss man hier mal gucken. Ibuprofen, normales Wasser, ja irgendwo, keine Ahnung. Müsst ihr ja selbst ein bisschen euch schlau machen. Auf jeden Fall ein sauberes Wasser, das kriegt ihr nirgends. Was bekommt man denn im Lutus-Shop noch, was man dann braucht? Einmal im Jahr, meine Freunde. Und zwar, wenn wir hier auf die Ersatzfilter gehen, dann gibt es einmal, ja, das Jahrespaket. Das heißt, alle vier oder alle drei Monate kommt natürlich auch an, auf den Kalkgehalt eures Wassers und aus der Region. Und das zeigt dann die Erfahrung. Also drei Kontuschen, ein Jahr, easy peasy. Ja, und so weiter und so fort. Man kann es ja auch einzeln holen, man kann Kalkpads hinzufügen oder halt das große Paket mit 16 Stück. Und dann wäre man bei, ich glaube, 145 Euro. Für ein ganzes Jahr sauberes Wasser. Ihr braucht nie wieder Wasserflaschen schleppen, nie wieder Plastikflaschen, nie wieder Glas und so weiter. Ihr könnt euer ganz normales Leitungswasser da reinfüllen und kriegt Top-Qualität Wasser daraus. Ja, da gebe ich mein Siegel und meine Hand drauf, Leute. Ja, warum erzähle ich euch das Ganze? Natürlich würde ich mir gerne wieder wünschen, so einen schönen Wasserfilter auch zu besitzen, um meine Gesundheit natürlich zusätzlich zu unterstützen. Ihr wisst, wegen meiner Fibromyalgie, wegen meiner Multiple Sklerose, ist auch Wasser natürlich nicht unablässlich. Und dazu gehört auch gesundes Wasser, meine Freunde. Ja, also, wenn ihr mich nicht bei meiner Krankheit unterstützen könnt, wollt, keine Ahnung, dann vielleicht bei diesem Wasserfilter, was wir zusammenbekommen müssten, ja, sind 200 Euro. Ihr könnt mir das auch gerne zuschicken. Nee, aber jetzt mal ganz ernst. Natürlich wünsche ich mir sowas wieder und ich lege es euch ans Herz. Es ist das Beste, was ihr ja tun könnt, die beste Investition und damit beende ich auch schon das Video. Macht euch selbst einen Einblick, ich verlinke euch den Link in der Description. Und ja, auf sauberes Wasser, sehr wichtig, euer Anaquanar. Ciao. Ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal.